Moin Jungs, was geht's? Willkommen zur vierten Folge von Titan 4 mit Saske. Okay, 3, 2, 1 und hoppla. Ja und zwar hat olle Saske gleich Padillas übersehen. Aber kein Problem. Warte, das sind deine Quads gewesen? Das waren die Quads vom Gang quasi. Ah ok. Wir müssen auf jeden Fall Deerofen machen. Ja, wir brauchen ein Deerofen theoretisch. Ich habe die Frage, ob wir noch einen Enchanter machen. Ah ok, da sind die Tiere verweckt. Oh, ich habe Titan wiedergefunden. Ah, ich brauche eigentlich gar nicht mehr. Aber Level. Oh, ich habe Deers, ich habe Deers. Aber random welche? Random? Ok, perfekt. Zwei Stück. Ich tue in den Backpack. Obwohl, ich behalte es erstmal. Obwohl, ich tue in den Backpack. Wenn das ja da drin ist, dann passiert ja eines. Oh mein Gott, lass Flitten einen Steel machen. Ritten, ne? So, das ist ein Zeichen meinst du? Ja. Obwohl Flitten Steel ist gar nicht mehr so ok. Man brennt ja nicht mehr direkt an. Wie meinst du? Man muss jetzt ein bisschen länger an dem Feuer stehen, dass man anbringt. Echt? Ja. Ohne Minecraft. Ich habe den Gang. Ja ok, perfekt. Ich lege die ersten rein. Da waren halt wirklich Deers, Digga. No joke. Ja. Hast du kurz wieviel sinds? Das sind vier Stück. Ja ok, hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. Dann können wir jetzt mal aufmachen, oder? Ja. Ähm. Wie soll ich dir mal die Deer picken? Ähm. Ähm. Mein Minecraft ist gecrashed. Haha. Ja ok. Warum? Genau da, als ich das in den Backpack tun wollte. Ey, wenn die jetzt weggebankt sind, ne? Eigentlich nicht. Wait, hast du in der Hand noch? Ja. Ich wollte nicht. Also ne, ich habe Shift-Click drauf gemacht auf die Deers. Ja ok, nee. Du kannst nicht shiften. Achso, und deswegen crashed das? Ne, weiß ich nicht. Kann sein, dass es deswegen war, aber normalerweise kannst du nicht rein shiften. Ok. Ich habe sie in den Backpack rein getan. Ähm. Ok, wir haben acht Stück. Reicht für den Enchantor und für den Deer Open. Das ist perfekt. Äh, ich habe zehn Obbys. Den Obby, ok. Ähm. Weißt du, wie der Deer Open geht? Äh, ich kann kurz nachgucken. Oh, ich habe auch nochmal Deers, aber ist nur einer, glaube ich. Ja, ich weiß, wie der geht. Ähm. Ja, dann mach den Deer Open. Ich mach jetzt den Enchantor. Ok. Hä? Hä? What the fuck? Kannst du vier Obby dann gleich reinlegen? Jo. Habt ihr den Ofen? Ja. Kannst du nicht schlafen gehen? Bis Nacht. No Batman. Er soll doch nur schlafen gehen, oder? Hä? Ey. Dann seid ihr noch drauf. Ich denke, wir sind eben erst gejoint. Ey, ich habe mich wieder in meinen eigenen Gang gegraben. Wie kann das sein? Ich sollte immer mitnehmen. Was mitnehmen? Gold. Was mit dem Gold? Ich vergesse. Ja, immer mitnehmen halt. Achso. Ja, ich baue mich mal in eine andere Richtung. Ähm, hast du Effie bekommen? Achso. Ich sollte den Enchantor nehmen. Oh, ich habe nochmal Deers. Ja, ja. Deine Deer Pick enchatten. Dann haben wir gleich schneller Obby erbauen können. Ja, Effiechen C1. Okay, perfekt. Jetzt was du jetzt machst. Soll ich machen? Anscheinend? Ja, mach Effiechen C1. Und danach kannst du anfangen Obby abzubauen. Brauchst du den Deeraufen? Noch nicht. Oh, ich habe nochmal Deers. Oh mein Gott, das ist perfekt. Das ist genau das, was wir gebraucht haben. Oh, nice man. Und nochmal Titan. Nein! Was denn? Warum macht der Smalltalk? Ich kann gerade nicht schreiben. Ich muss abbauen. Ja, ich rette mich retten. Nein, ich will ihn nicht ignorieren. Äh, ignorieren. Das ist ehrenlos. Äh. Yes. Perfekt. Nochmal Titan, Digga. Was ist das? Ich brauche nicht so viel Dein. Es ist so... Ich glaube, ich bin kurz dafür erst nicht mehr abzubauen, weil es auch noch so lang dauert abzubauen. Du wirst nur 5 Minuten gekickt. Irgendwann ist schon von der Mute angezeigt. Ja. Kannst du ihm schreiben, dass ich gerade... Oh, ich hab nochmal Deers. Ey Digga, was geht jetzt ab? Ich bin so am X-Chain gerade. Es sind auch so leckere Rangs. Ich kann es gleich so krankensachen machen. Aaaaaaah. Nein. Was ist das für leer? Ich kann gerade nicht. Und wir haben jetzt... 22 Deers. Wo, was? Ja, ich hab so viele Deers gefunden gerade. What the fuck? Ich hab zwei Feier bekommen. Oh mein Gott. Nice, man Digga. Nice, nice, nice. Cool, was? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!